Sehr geehrte Fahrgäste, das Zugpersonal von DB Rieke Bayerung, begrüßt alle zugeschwingenden Fahrgäste in der Regionalbahn nach München-Hauptbahnhof und wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Der nächste Plan ist der Halt. Ich bin aus der Ausstieg in der Fahrtrichtung rechts. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Musik 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 Musik